So, ähm... Hey, warte mal, irgendwas... Irgendwas stimmt mit der Belichtung nicht. Ich hab grad die Einstellung geändert. Nee, nee, du verschwindest gerade... Komplett hinter der weißen Wand, Alter. Es muss doch einen Ort geben, an dem die Leute nicht so scheiß negativ und unglücklich sind. Du bleibst rein, du bleibst draußen. Warum? Lass uns abhauen. Ja, ich... Lass uns abhauen. Überall ist es besser als hier, bitte. Lass uns doch irgendwie so... Warte mal, warte... Ich brauch auf jeden Fall geile Bräutchen. Gutes Wetter. Um... Strand vielleicht, oder so. Ich hab keinen Bock auf diese alte Frau. Aber auf Julio, den Dealer. Er macht heute Abend Club-Promotions. Alter, Mann, das ist ein Klein-Krimineller. Ja, und du bist voreingenommen. Na dann nicht, Mann! Deine Gier, deinen Ehrgeiz zu machen, dich blühen, Karl! Es geht um überhaupt nicht ums Geld. Es geht um so einen Zieg! Du weißt gar nicht mehr was wirklich zu dir. Du hast keine Ahnung. I think it's pretty convenient for you to be my friend, you see. Ich arbeite dran. Es ist leicht verdientes Geld am Ard. Es ist leicht verdientes Geld am Ard.